Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen. Wir sind gerade auf dem Weg zu Kommandant Carlos. Obwohl ich mir da nicht so sicher bin, ob wir da gerade hin müssen. Ich gehe trotzdem einfach mal hin. Jetzt juckt meine Nase. Ah, so. Eeeh, Kommandant, die... Okay, ich habe schon wieder Hallos. Jetzt nicht. Nein, definitiv nicht. Hui. Wo? So, wenn wir doch jetzt mal einen neuen Ring bekommen. Nein, hier Ring. Gut, wir haben gerade Stärke, das ist natürlich gut. Das heißt, würde ich sagen, wir legen jetzt den Ring an. Stichwaffen. Ich meine, Stichwaffen wäre Dings, also wäre Pogen. Ähm, ratatada. Ja, für's dann gehen wir wieder hier durch, in den Geheimgang. Ja, das ist alles, was wir jetzt zu erledigen haben. Oder? Ja. Und was steht denn da noch? Einen Moment. Ja, das haben wir ja schon so eigentlich aufgedeckt. Das heißt, wir müssen jetzt wohl gegen Skordo kämpfen. Also, vermute ich mal. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, aber, ähm... Mir fällt es auch nicht ein, was wir sonst tun sollten. Von daher würde ich sagen, einmal kurz speichern. Lass uns... Quatsch. Wir können ja sonst nicht mehr mit dem reden. Von daher, ähm... Oh, hey, das sieht aus. Oh, macht der viel Schaden. Heftig, heftig. Na gut, das ist ja auch sozusagen der Endgegen der Stadt. Das wird ein Kampf werden. Aber Gott sei Dank hat er wenigstens kein Schild dabei. Na, komm her. Kacke. Kacke. Uiuiuiuiuiui. Da gönne ich mir jetzt mal einen Schluck. Oh, ich fasse nach. Oh, sehr schön. Treffer. Na, komm her. Eieiei. Komm her, aus der Ecke. Ach schade, ich dachte, der dritte Heep... Den kann ich auch noch gelammelt, aber nein. Wundervoll. Komm her. Ah, sehr schön. Läuft bis jetzt nicht übel. Au, jajajaj. Au, der hat uns alle richtig viel mitgegeben. Ich würde sagen, wir drehen ja eben einen Schluck, bevor wir jetzt drauf gehen. Jetzt komm her. Nix da. Oh, hier. Oh, mit der linken Verrechnung. Zack. Bis gleich im Eimer. Ja, komm. Nur einen Schlag, nur einen Schlag. Zack. Haben wir ihn fertig gemacht. Hast du irgendwas Schönes dabei? Oh ja. Ein Schlüssel. Dann stehen wir lieber auf... Stehen wir wieder auf lieber Skordo. Ist das ein Pixelfeder? Seht ihr das? Bei den Fässern? Naja. Skordo. Steh auf. Oder muss ich dich töten? Man kann übrigens auch Leute töten, wenn man jetzt sozusagen schwer zieht und dann jetzt nochmal klicken würde. Dann macht er so einen... So einen Finish-Move. So einen Fangstoß. Ach, wie geht's deinem Schädel? Fühl dich bloß nicht so groß, nur weil du mich umgehauen hast. Wach's nur ab. Irgendwann krieg ich dich auch nochmal dran, Freundin. Ich kann dir nicht helfen. Na gut, na gut. So, ich sag, jetzt reden wir doch mal mit Carlos. Weil sonst hab ich echt keinen Plan mehr. Ah, mein Hass ist doch schwer. Vielleicht hätten wir ja gleich aufschließen sollen. Ich glaub schon, das war ein bisschen dämlich von mir. Aber na gut. Hüpf, 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 lauf, lauf, lauf. Können wir jetzt bitte mit ihm reden, lieber Kommandant? Ja, wunderschön. Wegen der Banditen des Stons. Skordo, der Anführer der Bande, hatte diesen Schlüssel bei sich. Das Ding sieht aus, als könne man damit in die Kanalisation eindringen. Verdammt! Hab ich's doch gewusst. Sie haben einen geheimen Tunnel gegraben. Und die goldenen Artefakte wurden genau durch diesen Tunnel aus der Stadt geschmuggelt. Dieses elende Pack von Verbrechern. Ich will gar nicht wissen, was uns schon alles durch die Finger geschlüpft ist. Gut gemacht, Kleiner. Hier, diese Belohnung hast du dir redlich verdient. Jetzt werden wir diese Artefaktschmuggler endlich dingfest machen können. Geh und greif dir den Mistkerl, der für diese Schweinerei verantwortlich ist. Ich will, dass er hinter den Mauern der Vulkanfestung über seine Taten nachdenkt. Er soll lernen, was es heißt, dem Orden der heiligen Flamme zu trotzen. Aufgehen. Müssen wir uns das... Uh, uh, was macht der denn da? Au. Müssen wir jetzt das Gordo loswerden? Na gut. Duppdi, dubbi, 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 dodo. Und wieder reingehen durch den Geheimgang des Don. So. Na, dann komm mal her, Skordo. Schluss jetzt! Du hast keine Chance. Carlos kennt dein Versteck. Entweder du gehst jetzt freiwillig in die Vulkanfestung, oder Carlos wird dich töten lassen. Ah, schön. Ich gebe mich geschlagen und werde zur Vulkanfestung gehen. Aber ich merke mir deine Fresse. Und ein anderes Mal werde ich dir... Ja, genau. Ein anderes Mal. Verschon mich damit. Ah, schon gut. Ich packe nur meinen Kram. Und dann gehe ich. In Ordnung. Wir sehen uns in der Festung. Wunderbar, wunderbar. Hat doch das geklappt. So, ich würde sagen, wir haben jetzt die Schlüssel. Dann können wir aufschließen. Erstmal hier den Raum. Zack. Was gibt's denn hier Schönes? Gar nicht mal so viel. Ja, das war's schon wieder. Aber wir können jetzt halt... die Tür aufmachen. in die Freiheit. Hui. Ach, es ist nicht wundervoll. Einfach sagen, wir lümmeln mal nicht hier draußen rum. Vor uns wieder die Ordenskrieger erwischen. Und uns dann in die Festung schmeißen. Dann wollen wir da sowieso hin. Aber nicht über diesen Weg. Deswegen bleiben wir erstmal ganz geschmeidig. Und tippen wir hier hinaus. Denn wir haben ja noch zwei... naja, sogar vier Freunde sozusagen, die auch aus der Stadt wollen. Und denen sagen wir mal Bescheid. Und wir müssen noch jemandem Bescheid sagen. Fällt mir drauf. Hey du, Carlos will mit dir sprechen. Er wartet auf dich oben im Wachhaus. Jo. Da war ich sowieso gleich wieder hin. Aber erst mal wir und Wolf. Wegen eurer Flucht aus der Stadt. Ihr drei seid vollzählig und könnt jetzt die Stadt verlassen. Alles klar. Sag uns, wohin wir gehen sollen. Im hinteren Lagerraum von Sonjas Bordell gibt es einen geheimen Tunnel. Der wird euch aus der Stadt führen. In Ordnung. Wir treffen uns dort in Sonjas Lagerraum. Dann zeigst du uns deinen Tunnel. Bis gleich. Geht klar. Ja, mein Level Up. Und so sind wir jetzt Level 7. Wunderprechlich, wunderprechlich. Ach ja. Aber ich glaube, wir werden, bevor wir die Stadt verlassen, werden wir noch den ein oder anderen Punkt, wo ich gerade hin... Mensch, waren das nicht. Hier wollte ich ran. Den ein oder anderen Punkt, den Schwerkampf zu investieren. Weil wenn wir einmal in der ersten Festung sind, können wir da nicht Schwerkampf trainieren, glaube ich. Im Lagerraum von Sonjas Bordell gibt es einen Weg aus der Stadt raus. Wirklich? Und das soll ich dir jetzt glauben, wie? Das werde ich mir mal genauer ansehen. Ich werde mich gleich auf den Weg machen. Wehe, wenn du mich angeschmiert hast. Dann reiße ich dir den Kopf ab, klar? Wir sehen uns bei Sonja. Geht klar. So. Und es gab ja noch eine Prognose. Also, wenn wir einen Weg aus der Stadt finden, dann soll doch die Karte fertig sein. Bei Nelson. Und dann, hallöchen Nelson. Wie lange wird es dauern, bis die Karte fertig ist? Oh, das geht nicht so schnell. Eine gute Karte braucht viel Zeit. Finde du erst einmal einen Weg aus der Stadt. Dann kannst du dir die Karte abholen. Ist die Karte fertig? Ich habe einen Weg aus der Stadt gefunden. Und die Karte ist auch schon fertig, wie ich es gesagt habe. Und ich bin bereit, sie dir zu überlassen. Wenn du sie noch willst, kannst du sie kaufen. Gerne. Gib mir die Karte. Pass gut darauf auf. Das ist ein gutes Stück. Dankeschön. Aber wir haben nur noch 2500 Gold. Das ist doch akzeptabel. So, und jetzt haben wir die vollständige Karte. Die ist doch ein bisschen größer als die alte. Ähm. Na, ich dachte schon, hier ist eine Maus. Äh. Die alte Karte ging ungefähr nur bis hier so. Und selbst dann nur sehr grob. Und jetzt haben wir halt den gesamten hinteren Teil hier. Das hier noch alles. Und alles halt detaillierter und genauer. Ähm. So, den Mann haben wir bescheid gesagt. Warte, 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 warte. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu Carlos. Hö, hö, hö. Ein Spanier, der sein Auto verloren hat. Carlos. Oh, ho, ho. Ach, Alter, ist schlecht. Na ja. Schlechte Witze müssen auch mal sein. Ist hier noch irgendwas? Nö, ne? So. Durchsagen dann ab zu Carlos und danach ab zu Modell und dann, ja, raus aus der Stadt. Und Philipp macht immer noch seine Übungen. So, Comandante. Äh. Äh. Gut, dass du da bist. Wie sieht's mit meiner Ausbildung in der Vulkanfestung aus? Ich denke, du bist jetzt so weit, junger Mann. Ich werde dir meine Empfehlung geben. Ich werde dir meine Empfehlung geben, wenn du es wünschst. Ähm. Ich spreche mal ganz kurz. Lass mich meine Ausbildung in der Vulkanfestung beginnen. Das werde ich tun. Denn du hast nicht nur deine Loyalität unter Beweis gestellt. Auch Meister Bellschwur hält große Stücke auf dich. Alle Achtung. Das schaffen nicht viele. Nimm dieses Empfehlungsschreiben von mir. Du hast es dir verdient. Damit wird dich kein Ordenskrieger mehr außerhalb der Stadt behelligen. Geh damit rauf in die Vulkanfestung und lass dir alles weitere erklären. Man wird dich fragen, ob du den Weg des Magiers wählst oder doch lieber Ordenskrieger werden willst. Deine Wahl entscheidet über dein weiteres Schicksal. Wähle also weise. Nun denn. Ich wünsche dir viel Glück. Dankeschön. So. Ja, wie gesagt. Autsch. Ich möchte halt lieber Ordenskrieger werden. Aber ich glaube, ich werde die Save-Datei sozusagen, kurz bevor ich hier in der Entscheidung stehe, abspeichern. Und, naja, wer da sozusagen sagen möchte, wenn er Risen halt auch hat, kann er mich halt anschreiben, ne, sozusagen blablabla. Und dann kann ich ihm vielleicht die Save-Datei sozusagen schicken. Und dann kann er selbst entscheiden, ob er Magier oder Krieger werden will. Dann muss er halt nicht das Ganze hier vorher machen. Wenn das jemand möchte. Ich möchte schon mal so als Überlegung in den Raum stellen. Und, naja, jetzt müssen wir da lang. So, kurz mal in den Questlog gucken. Ja. Wir haben nur noch eine einzige kleine Quest. Und die ist halt sozusagen jetzt noch nicht zu erfüllen. Die können wir halt erst machen, wenn, ähm, wenn wir aus der Stadt raus sind. Gut, was wir jetzt auch gleich sind. So, und jetzt, genau, jetzt, ich liebe die Szene. Jetzt stehen einfach alle Leute rum und warten auf uns. So. Wegen eurer Flucht aus der Stadt. Der Weg nach draußen durch den Tunnel ist frei. Sehr gut. Wir sehen uns die Sache mal an. Eine Sache noch. Wenn wir erst mal draußen sind, werden wir unser Lager am Strand vor den Stadtmauern aufschlagen und uns ausruhen. Also, wenn du drei gute Schatzsucher suchst, dann weißt du ja, wo du uns findest. Ich werd's mir merken. Gut. Wir machen uns mal vom Acker. Bis später. Tschüssi und hallo Betty. Komm in einem Stück wieder. Mach ich. Ja. Und damit hätten wir auch die Stadt jetzt abgeschlossen. Ups, hier lang. Ähm. Das einzige, was jetzt an der Stadt zu tun gibt, ist sozusagen noch die ganzen Schätzbründe, wo wir bis jetzt nicht rankamen. Das können wir halt später machen, wenn wir Schlüsse knacken können. So. Und jetzt können wir uns hier frei bewegen auf der gesamten Insel. Ist das nicht wundervoll? Okay. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Düpdipli-dü. Oh, ich weiß nicht. Ja. Tut mir jetzt zweimal leid, ich find die Viecher natürlich total putzig. Aber, ähm, ne, EP und so weiter. Und das umbringen ja diese Schalen, die ja später noch ganz sinnvoll sind. Was ja alles so angespült wird. Super. Boom. Ist hier noch was? Eine Muschel. Und Goldmünzen. Und Goldmünze. Wie viel Geld der rumliegt. Äh, ja. Ja, ja, ja. Oder Herring. Ich würde ja so ein Angespülten nicht mehr essen. Aber gut. Und, äh, es ist was schon da für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und, bis zum nächsten Mal. Und zum Ende will ich noch ein kleines, ja was zeigen, was passiert, wenn man zu weit raus geht. Dann kommt nämlich so ein Vieh, wo er macht. Und, äh, nom, 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 mit uns. Und dann wurden wir verspeist. Und dann wacht man halt hier irgendwo am Ufer wieder auf. Wollte ich nur mal so gezeigt haben. Und wir das auch mal mitnehmen. Aber jetzt wirklich vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.